Als Unterpräfektur werden in verschiedenen Ländern Verwaltungseinheiten unterhalb der Präfektur, Provinz- oder Gemeindeebene bezeichnet. Frankreich In Frankreich bezeichnet die Unterpräfektur eine Verwaltungsebene unterhalb des Departements und der Region. Der Standort der Unterpräfektur ist die Hauptstadt eines Arrondissements. Der oberste Verwaltungsbeamte eines Arrondissements ist der Unterpräfekt. Punkt In den Hauptstädten der Departements gibt es keine Unterpräfekturen, hier sind auch die Präfekturen zuständig. Brasilien In Brasilien bezeichnet die Unterpräfektur eine untergeordnete Verwaltungseinheit einiger großer Gemeinden, darunter Sao Paulo und Rio de Janeiro. Der Unterpräfekt wird in der Regel vom Präfato, dem Bürgermeister, ernannt. Japan In Japan ist die Unterpräfektur eine untergeordnete Verwaltungseinheit einiger Präfekturen. Hokkaido und Yamagata sind vollständig in Unterpräfekturen unterteilt, in anderen Präfekturen sind nur einzelne Gebiete. Vor allem Inseln und entlegene Bergregionen als Unterpräfekturen organisiert, Unterpräfekturen in Japan. Ausgleichen 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 Untertitelung des ZDF, 2020